Hallo, da sind wir wieder bei Da geht noch was der Talk für Erwachsene mit Ulla Kokambrink. Und wenn wir beim Thema Erwachsensein sind, dann gibt es ja eventuell auch mal die ein oder andere Tendenz dazu, einen Rückblick zu wagen auf das eigene Leben. Und da tauchen dann schon mal solche Begrifflichkeiten auf, wie hätte ich doch hier, hätte ich doch da, wir kennen das ja, hätte hätte Fahrradkette. Ich habe heute jemanden zu Gast, der es anders gemacht hat, der gesagt hat, ich habe tatsächlich etwas gemacht und zwar mein Leben komplett geändert. Von der erfolgreichen Medienmanagerin zu etwas ganz anderem, darüber spreche ich jetzt mit Carina Teutenberg und ich freue mich sehr, dass du hier sitzt, liebe Carina, herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich auch sehr. Sag mal, wann hast du gemerkt, dass die Fernsehbranche die richtige Plattform für dein Leben ist? Also dieses Brennen für die TV-Branche. Wann hast du das gemerkt? Das habe ich total früh gemerkt. Also ich glaube schon, bevor ich überhaupt direkt mit dem Fernsehen zu tun hatte. Und zwar habe ich mit meiner Oma immer nach der Schule die Talkshows früher geguckt. Ach, in den 90er Jahren? In den 90er Jahren, genau. Also Mitte der 90er Jahre. Werbe Schäfer, Arabella Kiesbauer und so weiter. Das war ja ganz schön krawallig, ne? Ja, das wurde auch vor allen Dingen immer krawalliger. Ich glaube, so am Anfang in der ersten Zeit war das noch gar nicht so extrem. Auf jeden Fall fanden wir es super. Also meine Oma und ich, wir waren sowieso ganz dicke und wir haben das immer zusammen geguckt. Und meine Oma meinte irgendwann, Mensch, Ihnchen, mein Spitzname, willst du denn nicht auch mal zum Fernsehen und so eine Sendung machen? Da habe ich gedacht, ja, kann ich irgendwie, glaube ich, ganz gut. Ich rede ganz gerne und ich bin ganz gerne so präsent und auf der Bühne. Und da kam dann damals schon die Idee. Und in der Abi-Zeitung stand schon drin, will die zweite Vera am Mittag werden. Nein, das ist dir ja nicht gelungen. Das ist mir nicht gelungen, oder? Das ist mir nicht gelungen, oder? Also es ist kein Bashing. Es liegt am Fasten, aber dazu kommen wir ja noch später. Ja, genau. Dazu kommen wir nämlich später. Du hast eine mega Karriere hingelegt. Wenn wir das jetzt mal im Schnellvorlauf so machen, was sind die wichtigsten Stationen für dich gewesen, bis ich einhake, weil ich da was mehr wissen will? Okay, gerne. Also ich habe angefangen beim Fernsehen bei Uli Meier, bei Ulrich Meier, bei der Firma Meta, bei der Akte. Da habe ich mein Volentariat gemacht. Dann bin ich da auch drei, vier Jahre als Reporterin gewesen, viel auch als Reporterin vor der Kamera. Dann war ich freiberuflich tätig, war auch bei der Firma Medienkontor. Da haben wir uns auch kennengelernt. Da haben wir uns kennengelernt, genau. Habe dann auch viel für ProSieben schon gearbeitet und dann gab es irgendwann den Ruf, zu ProSieben zum Sender zu kommen. Und das habe ich dann auch gemacht und bin dann beruflich nach München gegangen, bin weiterhin in Berlin wohnen geblieben. Mein Mann ist auch hier in Berlin, aber habe dann in München gearbeitet als leitende Redakteurin zunächst. Das ging aber flott, ne? Das ging dann relativ flott, ja. Also ich hatte vorher immer noch so als Redakteurin, Reporterin, dann mal als CVD, Chefin vom Dienst heißt das, also das ist unterhalb der Redaktionsleitung gearbeitet. Und dann ging das in München eigentlich richtig rasant los. Was glaubst du, warum das passiert ist? Du wurdest ja am Ende Senior Vice President der gesamten ProSieben-Sat.1-Gruppe im Factual-Bereich. Also alles, was News angeht, was gehört noch dazu? Galileo? Genau, da gehören alle Magazine dazu. Also man kann sagen, alles, was nicht große Show ist, also so Joko und Klaas oder Stefan Raab, das gehört nicht dazu oder gehörte nicht dazu. Und alles, was Fiktion ist. Also auch Frühstücksfernsehen hast du gemacht. Du hast es verantwortet. Genau, ich habe es verantwortet. Was muss man dafür können? Was muss man dafür können? Also ich glaube, man braucht ein großes Interesse an den Themen der Zeit, an den Themen, die die Leute gerade bewegen oder interessieren, aber auch natürlich an denen, die die Zuschauer zu Hause unterhalten. Also es muss ja nicht alles immer nur schwer und ernst sein. Stichwort Infotainment, also diese Mischung aus Information und Unterhaltung ist ja wichtig. Genau. Also dieses Gespür, glaube ich, braucht man und man braucht das große, ehrliche Interesse dafür. Aber das ist erstmal die Grundlage. Ich glaube, was wichtig ist, ist, weil sowas ist ja keine One-Women-Show oder One-Man-Show, sondern das hat ja immer mit Teams zu tun. Und was ich ganz gut kann, ist, die richtigen Leute zusammenzubringen für ein Projekt. Mit der richtigen Art. Mit der richtigen Art und mit der richtigen Laune auch gemeinsam zu arbeiten. Und das ist mir, glaube ich, so immer ganz gut gelungen. Und dann habe ich schon die Fähigkeit und viele meiner Kolleginnen und Kollegen natürlich auch oder meiner Ex-Kolleginnen und Kollegen natürlich auch, eine Vision, eine Idee zu entwickeln, wo das Ganze hingehen soll. Und dann sollte man noch wissen, wie man es macht. Also wie man da hinkommt. Ich glaube, das sind so die Grundlagen. Wenn ich mir das so anhöre, das alles klingt so mega nach einem Vorstandsposten. Und wir brauchen in Deutschland ja weibliche Vorstände. Und ich spüre, ich weiß es aber nicht genau, dass du kurz davor standst, ein Vorstand zu werden. Das weiß ich nicht. Vielleicht wäre das irgendwann mal gekommen, wenn ich dabei geblieben wäre. Aber das bin ich ja nicht. Warum hat die Flamme fürs Fernsehen aufgehört zu brennen? Ich würde gar nicht mal sagen, dass die Flamme aufgehört hat zu brennen. Es war nur ein anderes Feuer, das mich stärker angezündet hat. Wie kam das? Ich glaube, ich habe mir die Zeit genommen und gegönnt. Und das war tatsächlich bei einer Fastenwoche, die ich auf La Palma gemacht habe. Mal zu schauen, bin ich wirklich glücklich mit dem, was ich mache. Und ich habe dann gemerkt, dass ich nicht wirklich glücklich bin, sondern dass ich in vielen Punkten eher vorgebe, glücklich zu sein. Also eine Rolle eingenommen hast. Ja, eine Rolle eingenommen habe. Und das ist ja auch alles irgendwie toll. Das war auch toll. Also es war in keiner Weise so und in keiner Situation so, dass ich gedacht habe, Mensch, meine Arbeit beim Fernsehen, mein Leben, mein Berufsleben ist irgendwie schrecklich. Ich habe mich völlig frustrierend immer in der Ecke gesessen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, das ist es noch nicht gewesen. Und ich habe einfach Lust verspürt, etwas zu machen, wovon ich keinen Urlaub brauche, sondern wo ich das Gefühl habe, ich führe ein Leben, das keinen Urlaub braucht. Das ist aber ein Luxusgedanke. Das ist ein absoluter Luxusgedanke. Das weiß ich auch. Und das ist auch ein Luxus. Aber ja, in dem Moment habe ich dann einfach gemerkt, ich bin nicht wirklich glücklich mit dem, was ich tue. Ich gebe zwar vor, glücklich zu sein. Und das habe ich mir und anderen, glaube ich, auch immer sehr überzeugend vorgespielt. Ja, inzwischen hat man ja auch zufriedene Phasen. Ja, natürlich. Das ist ja nicht so, dass du jetzt die ganze Zeit mimimi da an der Ecke gesessen hast. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, wie ich sagte. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich permanent unzufrieden gewesen bin. Also die Zeit beim Fernsehen, die Arbeit, die ich da gemacht habe, die war super. Es ist auch keine Entscheidung gegen das, was ich gemacht habe, sondern es ist vielmehr eine Entscheidung für etwas anderes, die ich da jetzt getroffen habe. Hat das auch mit deiner einjährigen Auszeit zu tun? Du bist mit einem selbst umgebauten Unimog mit deinem Mann durch die Welt gereist. Was hast du da mitgenommen? Ja, in dem Sinne bin ich ja schon ein bisschen geübt, mal zu gehen und loszulassen und was anderes zu machen. Und ich bin vor fünf Jahren, habe ich mich entschieden, oder mein Mann und ich haben uns entschieden, dass wir mit dem selbstgebauten Auto ein Jahr reisen wollen. Und damals habe ich dann meinen Job als Chefredakteurin bei ProSiebenSat.1 aufgegeben und bin dann 13 Monate durch die Welt gereist. Und da habe ich schon gemerkt, Mensch, vielleicht gibt es noch was ganz anderes im Leben. Und hatte da auch schon den Gedanken, Mensch, vielleicht möchte ich Fastenleiterin werden. Klingt absurd, aber ich gehe seit 15 Jahren fasten. Aber jetzt bin ich dauernd, oder? Ich bin total überzeugt davon, nein, ein, zwei Mal im Jahr. Das ist auch so die Anzahl, wie man sagt, das ist auch gut für den Körper. Und bin total überzeugt davon, dass es nicht nur körperlich, sondern auch mental wirklich toll ist. Und ich bewege mich gerne, ich mache gerne Sport, ich bin gerne draußen. Also ich bin eigentlich niemand, wie ich immer mehr und mehr merke, je älter ich werde, umso mehr merke ich, dass ich gar nicht gerne in Konferenzen sitze. Ich sitze überhaupt nicht gerne in Redaktionsräumen. Die ganze Fliegerei hin und her. Die ganze Fliegerei permanent. Die ganze Fliegerei permanent. Genau. L.A., Cannes, was auch immer. Genau, und ich bin viel lieber draußen, ich bin viel lieber draußen in der Natur. Das habe ich schon auf der Reise natürlich ganz verstärkt gemerkt. Und dann sind wir wiedergekommen und ich habe schon überlegt, Mensch, machst du jetzt die Ausbildung zur Fastenleiterin? Und dann, wie es so ist, hat mich ein Kollege angerufen und ein befreundeter Kollege angerufen und meinte, du, wir haben da so eine Sendung vor, hast du nicht Lust, die zu leiten? Und das habe ich dann gemacht, dachte, okay, dann machst du jetzt noch diese eine Sendung. Welche war das? Das war mit Dunja Hayali. Ach, die Talkshow, die jetzt sehr etabliert ist. Genau. Die hast du sozusagen aufgebaut. Die hatte noch eine andere Kollegin gepitcht, Michaela Hummel hat die erfolgreich gepitcht. Und dann bin ich dazu geholt worden, habe die dann entwickelt und dann auch geleitet. Aufgebaut und dann lief das alles ganz gut. Und dann kam die Frage, ob ich nicht für die Studio Hamburg Production Group eine Firma in Berlin aufbauen möchte. Das habe ich gemacht und dann bin ich wieder bei Hängen geblieben. Genau, da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Habe ich die Firma B-Vision aufgebaut und ja. Wo kam der Tag? Hast du noch eine Erinnerung daran, als du gesagt hast, so B-Vision habe ich jetzt gemacht? Pro 701 habe ich hinter mir. Ich habe Uli Meier. Ich habe so viele Dinge erlebt in der Medienbranche. Jetzt ist gut, jetzt fällt das Fallbeil, jetzt gehe ich. Weißt du das noch? Das war, ich kann dir ganz genau den Moment erklären. Weiß es noch ganz genau, weil das für mich ein so einschneidender Moment war, in dem ich den Gedanken zugelassen habe. Ich war beim Fastenwandern auf La Palma, das ist jetzt ein gutes Jahr her. Und da nutze ich diese Woche immer sehr, mich auch mit mir selber zu beschäftigen. Und die Zahlen der Firma waren in dem Jahr davor nicht so richtig gut. Und ich hatte eigentlich darum gebeten, komm, lass mich mal die fünf Tage, die sieben Tage, ich brauche mal einmal diese Auszeit, ein bisschen Ruhe. Und dann kam, total berechtigt natürlich, aber von meinen Kollegen, von meinen Chefs, kam dann irgendwie die Nachricht, du mit den Zahlen, das ist ja alles nicht so in Ordnung. Sobald du wieder da bist, musst du nach Hamburg kommen, wir müssen uns darüber unterhalten. Ganz normales Business, völlig richtig. Aber mich hat das über die Maßen gestresst. Dann habe ich gemerkt, das beschäftigt mich richtig, ich habe da keinen Bock mehr zu. Und ich war, wofür? Und habe mich dann zur Seite gesetzt bei dieser Fastenwoche und habe irgendwie versucht, mal in mich reinzufühlen. Dann habe ich gemerkt, weißt du was, du machst das einfach nicht mehr. Scheiß die Wand an. Warum machst du das einfach? Lass es doch einfach mal sein. Und was gibt es, was du gerne machen möchtest? Und da war natürlich Fasten und Fastenwandern dann gleich, lag ja praktisch vor mir, ich war ja mittendrin. Und dann habe ich mich eben entschieden zu gehen. Und jetzt gibt es sunnysidefasten.de in Brandenburg mit Carina Teutenberg. Jetzt gibt es... Bye Bye Fernsehen, hello Gesundheit. Genau. Auch mentale Gesundheit vielleicht. Auch mentale Gesundheit. Was passiert beim Fasten? Was passiert beim Fasten? Also das ist wahrlich nicht nur, ich höre auf zu essen. Sondern Fasten hat Minimum, oder so eine Fastenerfahrung hat Minimum drei Dimensionen. Das heißt zum einen natürlich die körperliche, das was physiologisch im Körper passiert. Man wechselt, wenn man nicht isst und man bleibt beim Fasten unter etwa 500 Kilokalorien am Tag. Das heißt, man wechselt in den sogenannten Fastenstoffwechsel. Das ist vor allen Dingen ein Fettstoffwechsel. Und man entlastet in diesem Sinne, man unterstützt die Entlastung des Körpers in jedem Bereich. Also die Entgiftung des Körpers. Man macht das nicht künstlich. Aber das übernimmt doch normalerweise, wissenschaftlich betrachtet, die Leber. Und Schlacken gibt es auch nicht. Wissenschaftlich erwiesen gibt es keine Schlacken. Keine Schlacken im Sinne von Schlacken, wie man sie aus irgendwelchen Öfen oder sowas kennt. Nein, das nicht. Aber es gibt natürlich Giftstoffe, es gibt Säuren etc. Und durch fette gebundene Giftstoffe natürlich im Körper. Und wir unterstützen beim Fasten die Ausleitung dieser Giftstoffe. Und das funktioniert, indem man erstmal den Darm entleert. Und zwar so richtig. Richtig. Ist das schlimm? Das ist überhaupt nicht schlimm. Weil es klingt ja immer so. Ja, 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 genau. Das ist, glaube ich, die größte Sorge bei den meisten. Ja, Fasten finde ich irgendwie ganz super. Aber es gibt zwei Sorgen. Es gibt einmal die Sorge, ich kann aber doch nicht ohne essen. Das ist natürlich eine ganz besondere Erfahrung, dass man durchaus ohne essen kann. Weil es ist was anderes zu hungern oder mal einen halben Tag oder einen ganzen Tag mal zu wenig zu essen und zu unterzuckern. Als wenn man in so einer Fastenwoche gut begleitet wirklich in den Fastenstoffwechsel kommt und sich einfach aus sich selbst heraus. Wir haben alle genügend Fettreserven für eine Woche Fasten. Ja, habe ich schon mal gehört. Ja, kommt irgendwie bekannt vor. Könnte funktionieren. Da haben wir genug. Da kann man super mit klarkommen. Und es geht einem auch richtig gut, wenn man fastet und nichts isst. Also die eine Sorge ist, ich kann doch nicht ohne essen. Und die andere Sorge ist, um Gottes Willen, da muss ich ja irgendwie abführen. Ja. Da muss ich ja einen Einlauf machen. Einen Einlauf kriegen, das ist ja auch alles schon negativ gesetzt. Da muss man auch nicht zwingen, ne? Man kann das ja auch mit der Passage machen, oder nicht? Genau, das macht man auch. Also es ist so ein bisschen wie so ein Gongschlag, so ein Einläuten des Fastens, dass man... Also man trinkt Laubersalz. Genau. Das ist mit Himbeeraroma versetzt, damit es sich so eklig schmeckt. Genau, da kann man auch noch einen Pfefferminztee dazu trinken, etc. Also da kann man so auch, dass der Magen sich halbwegs wohl damit fühlt, dass das nicht so negativ anschlägt. Warum macht man das noch ergänzend, oder zumindest am Anfang des Fastens? Weil durch das Laubersalz ja auch der obere Bereich des Darms entleert wird. Also wenn du den Einlauf machst, dann je nachdem, was du für ein Rohr benutzt, hat man halt nur den unteren Teil des Darms, der gereinigt wird. Und durch das Glaubern am Anfang dieser Fastenwoche wird dann eben auch der obere Bereich einmal entleert. Das ist eine ganz doofe Frage. Kann man den Einlauf auch selbst alleine machen? Oder muss ich mich da hinlegen und von einem Fremden... Kannst du selber alleine machen? Weil das mögen, glaube ich, auch viele nicht so gerne. Das ist ja ja intim. Man kann das natürlich von jemandem machen lassen, aber die Hemmschwelle ist natürlich noch viel größer für ganz viele. Nein, das macht man selber. Ich erkläre das zum Anfang der Fastenwoche ganz genau, wie das funktioniert. Und das ist überhaupt kein Hexenwerk. Das ist so easy. Und vor allen Dingen tut es so gut. Und es ist ja eigentlich was Natürliches. Nur in beschleunigter Form, auf Deutsch gesagt. Und es dauert ja auch nicht lang. Das sind ja so ein paar Stunden. Genau. Und dadurch, dass man ja nichts Festes zu sich nimmt beim Fasten, sondern nur ein Gläschen Saft, um ein paar Kohlenhydrate auch zu bekommen, ein bisschen Zucker zu bekommen. Und dann gibt es noch eine Brühe, die abends dann zu sich genommen wird. Aber das ist ja alles nichts, was gegessen wird. Man nimmt also gar nichts Festes zu sich. Und dadurch arbeitet der Darm unter anderem ja auch nicht in dieser Fastenwoche. Und dadurch verschwindet, glaube ich, auch das Hungergefühl nach zwei Tagen. Genau. Das ist ja ganz wichtig. Also diese Sorge muss man auch überhaupt nicht haben. Und wenn der Hunger kommt, dann macht man halt einen Einlauf. Ja. Aber normalerweise hättest du ja morgens, die meisten haben ja einmal am Tag morgens einen Stuhlgang. Und das ersetzt du eben dann auch durch diesen Einlauf, den du dann am Morgen machst. Was passiert sonst noch beim Fasten? Du hast davon gesprochen, dass du dich sehr selbst mit dir beschäftigt hast. Ist das ein automatischer Prozess? Oder muss auch das angestupst werden, weil die Menschen das nicht mehr gewöhnt sind, so in sich hinein zu horchen? Das muss bei den meisten angestupst werden. Und das Fasten gibt eine besonders gute Chance dazu, sich mit sich selber zu befassen. Das ist schon mal bildlich so, weil man nichts von außen bekommt. Und wir versuchen auch, die Auseinandersetzung mit Medien, das Handy etc. auch alles mal ein bisschen beiseite zu legen für diese Fastenwoche, sodass einfach ganz viel Zeit bleibt auf einmal. Weil man ja auch sonst so durchs Essen strukturiert ist. Also man frühstückt, man kocht ein, man wäscht ab oder wie auch immer. Man ist dadurch durchaus abgelenkt. Und wenn das mal wegfällt und wenn man sich wirklich dann auf sich selber und mit der eigenen Zeit befassen muss, dann ist da ganz viel Raum. Also Fasten schafft ganz viel Raum, sich auch mit sich selber auseinanderzusetzen. Was ich so schön finde an deiner Art, über das Fasten zu sprechen, ist, dass es so leicht wirkt, entstaubt wird. Ich habe ja sonst immer so Fastenteilnehmer sind alle in Vollfunktionskleidung mit dem Pfotenabdruck. Und die, die wir hier immer in Berlin sehen, da denke ich immer, die haben den Begriff Großstadtdschungel missverstanden. Und dass es alles so sehr schwer ist. Und bei dir klingt das alles eher modern und leicht. Und du bietest auch noch begleitende Betreuung an sozusagen. Neben dem Wandern eben auch noch mentale Hilfe. Richtig. Also ich finde, Fasten muss total Spaß machen. Und der Verzicht darf auch total Spaß machen. Also das mag absolut klingen, aber eigentlich geht es bei mir ums Essen. Und zwar darum, wieder ein gutes, cooles, entspanntes und fröhliches Verhältnis zum Essen und zur Nahrung zu bekommen. Das ist was, was uns unser Leben lang begleitet. Wir haben da unser Leben lang mit zu tun. Das ist essentiell. Das ist absolut lebenswichtig, dass wir essen. Und was machen wir uns da für den Kopf? Wir strengen uns an damit, das Richtige zu essen, zur richtigen Zeit. Wir Frauen vor allen Dingen machen uns ständig Gedanken darüber, bin ich zu dünn, bin ich zu dick? Ja, furchtbar, ja. Darf ich das jetzt? Muss ich ein schlechtes Gewissen haben? Und so weiter und so weiter. Und das Fasten gibt die Chance, mal einmal auf Null zu setzen und dann zu gucken und für sich selber wieder ein Gefühl zu kriegen, das ist was Gutes. Wie toll ist das, dass wir jeden Tag genießen und essen dürfen und dass das richtig Spaß machen kann. Das heißt, dass man auch wieder die Intuition an der richtigen Menge entdeckt, weil man ein anderes Körpergefühl bekommt. Ist das so ein bisschen so? Absolut. Der Begriff ist jetzt so abgegriffen, Achtsamkeit irgendwie schon. Aber das ist es im wahrsten Sinne des Wortes, dass man, wenn mal alles weg ist, wieder ein Gespür dafür kriegt, warum esse ich jetzt eigentlich? Was esse ich da? Was tut mir gut? Und wie wichtig, wie schön ist das? Das ist nichts Böses. Essen an sich ist nichts Böses, sondern was ganz Tolles. Kommen wir jetzt mal neben der Darmentleerung zum nächsten unangenehmen Thema, was manche auch scheiße finden. Das sind die Kosten. Also ich habe mich mal erkundigt. Ich war einmal Fastenwandern. Ich kann übrigens das unterschreiben, obwohl das unter Umständen stattgefunden hat, die wirklich nicht sexy waren. Also die Umgebung war nicht schön, die Zimmer waren nicht schön. Aber das Fasten selbst und das Wandern hat totalen Spaß gemacht. Und auch das Körpergefühl war schön danach. Aber dann habe ich mich vorher erkundigt, in irgendeiner Klinik, wo man das machen kann, dreieinhalbtausend Euro pro Woche. Für nichts Essen. Ja, für nichts Essen. Also das mache ich nicht mit. Was kostet das bei euch? Bei uns kostet es zwischen 890 und 990 Euro. Also je nach Apartmentgröße? Genau, je nach Zimmergröße. Das ist aber auch der einzige Unterschied. Ansonsten ist bei den Fastenwochen immer noch eine ganze Menge mit dabei. Du hast es eben schon mal kurz angesprochen. Also man kann bei mir auch noch ein Personal Training. Also ich kümmere mich vor allen Dingen um die sportlichen und Ernährungsthemen in meinem Team. Man kann bei mir noch ein Personal Training buchen oder ein Lauftraining im Speziellen oder eine persönliche Ernährungsberatung. Dann ist bei uns immer Fest-Yoga dabei. Also jeden Tag ist Yoga dabei. Wir machen täglich die Wanderungen. Und es gibt eine Aromatherapie, die begleitend auch angeboten wird zu den Fastenwochen. Ich habe einen ganz tollen, befreundeten, veganen und nachhaltigen Koch, der, auch das klingt erstmal absurd, aber der am Ende der Fastenwoche einen Kochkurs anbietet. Ist aber nicht Attila Hildmann. Nein, das ist nicht Attila Hildmann. Sieht viel besser aus und ist auch ansonsten, finde ich, ein ganzes... Was gibt es sonst noch, neben dem Fasten und dem Wandern? Genau, also so eine Woche Fasten heißt ja nicht, dass man nur nicht isst, sondern es gibt bei uns, bei Sunnyside Fasten, dann noch allerhand Begleitprogramme. Also wir haben eine Aromatherapie, die begleitend dabei ist. Man kann bei mir noch ein Personal Training buchen oder eine extra Ernährungsberatung. Es gibt so Fastenwochen Mind, wie wir sie nennen. Da kann man auch noch Natural Coaching machen. Was ist das? Man nutzt den Raum Natur als Coaching-Raum. Das heißt, im Grunde bin ich nur begleitend dabei und... Und ich sehe das Gras wachsen oder... Genau, du siehst zum Beispiel das Gras wachsen und du hast vielleicht irgendeine Frage, die dir dadurch beantwortet wird. Möglicherweise. Es geht eher darum, wahrzunehmen und zu gucken, was passiert in meinem Umfeld und was könnte mir das sagen. Nicht als Orakel, sondern vielmehr, was löst es vielleicht bei mir aus, was ich da gerade sehe. Das heißt, ich kann Assoziationen haben, wenn ich einen uralten Baum sehe, dann denke ich vielleicht an meinen verstorbenen Vater und denke irgendwie, oh, das war eigentlich der Baum in meinem Leben, der ist jetzt weg, was hat mich da eventuell entwurzelt. Also solche Geschichten passieren da? Absolut, du kannst sowohl nach hinten blicken, du kannst es auch einfach auf dich zukommen lassen, einfach gucken, was dir begegnet, was passiert. Aber du kannst natürlich auch mit einer Fragestellung in die Natur gehen. Und du kannst da rausgehen und sagen, okay, was sollte ich jetzt machen? Oder woran hängt es, dass ich mich jetzt nicht da und dafür entscheiden mag? Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, dass die Natur mir Antworten auf existenzielle Fragen, die mich betreffen, geben könnte? Das klingt so ein bisschen... Genau, nee, die Natur gibt dir die Antworten nicht, die gibst du dir schon selber. Danke. Die Natur ist nur diejenige, die unterstützt und dir vielleicht hilft, so ein bisschen auf Gedanken und auf Wege zu kommen. Okay, das kann ich noch was sagen. Die bisher nicht offen sind, nicht klar sind für dich. Und da begegnet dir irgendetwas, weil du mit offenen Augen durch die Natur gehst. Und das ist eine Anregung für dich. Mehr ist es eigentlich nicht, aber man kann da schon, wenn man dann sich die Zeit nimmt und die Ruhe hat, da wirklich eine ganze Menge erfahren. Also es gibt Natural Coaching-Möglichkeiten bei uns bei den Fastenwochen. Das sind Body und Ernährung und Soul. Und Soul, genau. Das ist dann die etwas spirituellere Richtung. Für manche ist das besonders wichtig. Die suchen dann gerade auch in so einer Fastenwoche so ihre eigene Spiritualität. Für andere gar nicht. Deswegen gibt es eben auch die Body-Woche, wo es halt eher um Sport und Bewegung und Ernährung und so weiter geht. Und in der Soul-Woche, das ist die Seelen-Woche, die spirituelle Woche, da ist dann eben auch eine Schamanin mit dabei und dann machen wir Feuerzeremonien. Das geht dann so in die Richtung. Das heißt, für jeden ist was dabei. Für jeden ist was dabei. Weil ich bin esoterisch leider nicht so bewandert. Absolut nicht. Kein Muss. Aber da kann man ja nichts für. Ich bedauere das sogar manchmal, weil manchmal sind vielleicht esoterisch veranlagte Menschen, spirituell veranlagte Menschen ein bisschen einfacher in ihrem Leben im Umgang, weil sie einen anderen Halt haben. Das ist wie mit der Religion. Ich beneide manchmal Leute, dass die das haben. Ich kann das gar nicht leider. Aber Mind und Body und Ernährung bin ich dabei. Ich danke dir sehr. Ich finde, das ist wirklich ein sehr modernes Konzept, Fasten durchzuziehen, auch bezahlbar. Das finde ich auch wichtig mit einer kleinen Vorbereitung zu Hause. Das gehört, glaube ich, auch dazu, dass man drei, vier Tage vorher mal ein paar andere Sachen isst. Absolut. Das muss man auch noch sagen. Also das ist das Fasten und die Wirkung des Fastens ist wahrlich nicht abgeschlossen, wenn die Fastenwoche vorbei ist, sondern sowohl davor, wie du schon sagtest, also dass man ein, zwei Tage davor schon mal entschlackt und sich ein bisschen entschlackt. Also dass man ein, zwei Tage davor schon ein bisschen auf die Ernährung achtet und sich entlastet. Viel wichtiger ist aber noch, wie baue ich danach wieder auf. Und da geben wir aber eben auch mit einem Kochkurs. Das klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber unter anderem auch mit einem Kochkurs, den wir am letzten Fastentag anbieten. Und mit einem Vortrag, den ich dann halte, dann auch alle Hand an die Hand. Also wie sollte ich denn jetzt die Ernährung wieder aufbauen, damit ich möglichst viel aus dieser einen Woche auch mitnehme. Genau. Also sounds good. Gefällt mir. Hoffentlich. Sunnysidefasten.de. Vielleicht habt ihr ja mal Lust reinzugucken. Und ich glaube an dieses Konzept. Und das Ganze ist in Brandenburg. Das heißt auch vom CO2-Abdruck her für viele Berliner. Genau. Es ist nah und nachhaltig. Und auch von Hamburg nicht weit entfernt. Wir sind im Norden von Brandenburg. Finde ich cool. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich danke dir. Und eine tolle Geschichte mit einem sehr sonnigen Ende, würde ich sagen. Lieben Dank, Karina. Danke dir, Ulla. Joa, tschüss, das war's. Ciao, macht's euch gut.